Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Verrücktwerden. Es ist so viel größer als alles, was wir sehen. Ist es endlich oder unendlich groß? Theoretisch spricht einiges dafür, dass hinter unserem Universum unzählige weitere Universen liegen. Wie kann man den Kosmos erforschen und sich nicht fragen, ob es das Multiversum gibt? Unendlich viele Universen. Okay, wem das jetzt noch nicht abgefahren genug ist. Mit ausreichend viel Zeit und genügend Raum ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich, dass es von jedem Menschen eine Kopie gibt. Ähm, ernsthaft? Geht es jetzt um Parallelwelten, in denen Doppelgänger leben? Ist das denn noch Wissenschaft? Multiversum, Parallelwelten, alternative Zeitstrahlen. In der Popkultur hat das Thema gerade Hochkonjunktur. Angefangen vom Oscar-Abräumer Everything Everywhere All at Once. Über das bildgewaltige Multiversum-Epos Dr. Strange, wo der Superheld zwischen den Universen hin- und hergerissen ist. Bis hin zur Comics-Saga Spider-Man Across the Spider-Verse. Wo der Superheld mit seinen Doppelgängern konfrontiert wird. Für das Multiversum der DC-Comic-Superhelden gibt es sogar eine eigene Karte, um sich darin zurechtzufinden. Klar, das Multiversum ist ja auch wie geschaffen für Gedankenspiele. Reizt uns nicht alle die Antwort auf die Frage, was wäre aus uns geworden, wenn wir andere Entscheidungen getroffen hätten? Als Kind wollte ich Astronautin werden. Das war mein Traum. Auch in einem anderen Universum würde ich mich für die Kosmologie entscheiden. Ich würde ein Universum wählen, das keinen Kapitalismus kennt. Okay, Spaß beiseite. Was ist nun dran an dieser Theorie? Wie kommen Wissenschaftler überhaupt auf die Idee, sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, ob es ein Multiversum gibt? Wir haben solide Beobachtungsdaten des Universums um uns herum. Daten, Daten, Daten. Wenn man sich diese Daten anschaut, kann man zu dem logischen Schluss kommen, dass das Universum deswegen so ist, wie es ist, weil wir in einem Multiversum leben. Es soll eine logische Schlussfolgerung sein? Jetzt mal eins nach dem anderen. Die Erforschung unseres Universums über die sichtbaren Grenzen hinaus ist also eine Art Detektivarbeit. Mit Indizien. Und Indiz Nummer 1 ist, wir sehen kein Ende. Stellt euch vor, ihr schaut durch ein Nadelöhr. Ein Weltraumteleskop sieht in diesem winzigen Himmelsausschnitt mindestens 10.000 Galaxien. Egal, wohin es ausgerichtet wird. 10.000 hier, 10.000 dort. Am Ende kommen so mindestens 200 Milliarden Galaxien zusammen. Und zwischen diesen unvorstellbar vielen Galaxien gibt es auch noch eine unbegreifliche Menge an leerem Raum. Gut, dass es unfassbar groß ist, haben wir ja schon geahnt. Aber irgendwann muss auch das gigantische Universum ein Ende haben, oder? Nur, wie soll dieses Ende aussehen? Wie so eine Art Rand? Im 15. Jahrhundert glaubte man, die Erde sei flach und habe einen Rand. Nun, das Universum hat keinen Rand, soweit wir wissen, aber es gibt einen anderen Rand, den des sichtbaren Universums. Denn Licht liegt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Und das Universum existiert erst seit 13,7 Milliarden Jahren. In dieser Zeit konnte das Licht nur eine begrenzte Strecke zurücklegen. Und das ist die Grenze, bis zu der wir blicken können. Wir nennen sie den Beobachtungshorizont und wir können nicht sehen, was dahinter liegt. Klar, von der Erde aus sehen wir also nicht das ganze Universum, sondern nur einen Ausschnitt. Alle Beobachter haben einen Horizont, bis zu dem sie schauen können. Einen beobachtbaren Ausschnitt des Weltraums. Das heißt aber nicht, dass das gesamte Universum eine Blase ist. Apropos Blase. Wir können ja mal einen Luftballon aufblasen, um damit zu zeigen, dass unser Rand doch kein Rand ist. Stellt euch vor, wir sitzen in der Mitte dieses annähernd kugelförmigen Objekts. In jeder Richtung gibt es einen Horizont, über den hinaus wir nichts sehen können, denn das Licht von allem, was dahinter ist, hatte keine Zeit, um uns im Zentrum dieser Kugel zu erreichen. Wenn das, was wir sehen können, aber nur ein kleiner Ausschnitt ist, wie groß ist dann bitte das ganze All? Eigentlich muss es mindestens 250 Mal größer sein. Allerdings könnte es auch unendlich groß sein. Unser Gehirn kann sich Unendlichkeit nicht wirklich vorstellen. Unsere Spezies hat sich nicht in etwas Unendlichem entwickelt. Alles um uns herum ist begrenzt. Das Leben, die Ressourcen, das Sonnenlicht am Ende des Tages. Wir haben kein Gefühl für Unendlichkeit. Unendlich groß ist sehr, sehr, sehr groß. Im Unendlichen Universum oder im Multiversum gäbe es Orte, an denen alles ist wie hier. Nur, dass ich dort nicht auf diesem Stuhl sitze. Stattdessen liege ich auf einem Sofa. Und ich spreche nicht über Kosmologie, sondern über Genetik. Die Genetik ist wirklich ein faszinierendes Feld. Letztlich ist es eine ganz normale Beschreibung des Lebens, nicht wahr? Als sie entdeckt wurde... Moment. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Klären wir zuerst mal das mit der Unendlichkeit. Um sich Unendlichkeit vorstellen zu können, hilft das Infinite-Monkey-Theorem. Wenn ich unendlich viele Affen habe und sie auf Schreibmaschinen tippen lasse, dann wird irgendwann einer von ihnen Shakespeare's Hamlet tippen. Zwangsläufig. Das ist das Prinzip der Unendlichkeit. Affen, die Hamlet schreiben? Klingt vollkommen absurd. Aber mathematisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht Null, sofern ihr unendlich viele Affen auftreiben könnt. Also, wenn wir von einer Schreibmaschine mit 45 verschiedenen Buchstaben und Ziffern ausgehen und mal die Groß- und Kleinschreibung außer Acht lassen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, den ersten richtigen Buchstaben zu treffen, bei 1 zu 45. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten 8 Buchstaben richtig sind, liegt dann schon bei 1 zu 200 Milliarden. Und der gesamte Hamlet besteht aus etwa 130.000 Buchstaben. Die Chance, dass ein Affe zufälligerweise den Hamlet vollendet, beträgt also 1 zu 45 hoch 130.000. Wie soll man die Zahl 45 hoch 130.000 einordnen? Lasst es uns mal so versuchen. Die Menge der Atome in unserem beobachtbaren Universum ist mit 10 hoch 85 sehr, sehr, sehr viel kleiner. Selbst wenn jedes Atom ein Affe mit Schreibmaschine wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur einer den Hamlet reproduziert, wäre immer noch astronomisch gering. Doch eben nicht Null. Und mit unendlich vielen Affen muss es deshalb irgendwann passieren. Unendlichkeit ist keine Zahl, sondern eine Idee. So bizarr, dass wir sie kaum begreifen können. Im Rahmen eines Kunstprojekts wurde das Gedankenspiel in die Tat umgesetzt. Mit immerhin sechs Affen. Der Versuch vermittelt eine Ahnung davon, was es bedeutet, ewig auf ein brauchbares Manuskript warten zu müssen. Aber so absurd, dass Infinite Monkey Theorem auch sein mag, ist es andererseits nicht genauso verrückt, dass sich in Milliarden von Jahren aus waberndem Sternenstaub ein Sonnensystem mit einer Erde bildet, auf der sich anschließend Affen und dann Menschen entwickeln? Wo am Ende Weltliteratur ganze Bibliotheken füllt? Also gut, nehmen wir einfach mal an, dass unser Universum tatsächlich unendlich ist. Warum sollte es dann ausgerechnet Parallelwelten mit Doppelgängern geben? Das Beunruhigende daran ist, wenn es so viele Universen gibt, kann einfach alles passieren. Und alles wird auch passieren. Sherlock Holmes würde vielleicht sagen, gut kombiniert. Aber warum muss sich alles irgendwann wiederholen? Kann es nicht unendlich viele verschiedene Variationen des Lebens geben? Die Bausteine des Lebens sind endlich. Es gibt nur etwa 120 verschiedene Atome, das Periodensystem der Elemente. Wenn also das Universum unendlich ist oder das Multiversum existiert, dann sind wir in der Zwickmühle. Denn sofern die physikalischen Gesetze anderswo nicht völlig anders sind als bei uns, gibt es nur eine begrenzte Auswahl an Bausteinen, aus denen Leben oder Planeten entstehen können. Bei einer begrenzten Menge an Materialien ist es also unvermeidlich, dass am Ende irgendwo anders eine Kopie dessen entsteht, was wir hier auf unserem gemütlichen Planeten Erde haben. Vergleichen wir das mit einem gut gemischten Kartenspiel. Die Karten haben eine begrenzte Anzahl von Werten. Herz Dame oder Pieckönig zum Beispiel. Normalerweise reicht die Menge der Karten, damit jedes Spiel anders verläuft. Wenn man aber unendlich oft spielt, sind sich wiederholende Spielverläufe unvermeidlich. Denn egal, wie gut wir mischen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Kombinationen. Im kosmischen Kartenspiel gibt es allerdings weit mehr Möglichkeiten als beim Blackjack. Ganz grob gerechnet kann man im beobachtbaren Universum von 10 hoch 10 hoch 122 Kombinationen von Materie und Energie ausgehen. Eine verdammt große Zahl. Wenn auch nicht unendlich. Bei dieser Anzahl an Möglichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo ein Doppelgänger unseres Planeten gebildet hat, vielleicht noch geringer als die, dass ein Affe den Hamlet runtertippt. Aber wenn die Unendlichkeit im Spiel ist, dann muss es irgendwann passieren. Sollte das Universum also unendlich groß sein, leben irgendwo da draußen zwangsläufig Doppelgänger von uns. Dann trage ich in einem Fall eine Krawatte, die das Multiversum darstellt, während der gleiche Carlos Frank in einem anderen Teil des Multiversums keine so schöne Krawatte trägt. Kann es wirklich sein, dass unsere Welt, dass jeder Einzelne von uns gar nicht so einzigartig ist, wie wir glauben? Tatsächlich gibt es weitere Hinweise darauf, dass unser Universum nur eines unter vielen ist. Forschende haben Hinweise auf einen Mechanismus gefunden, der Paralleluniversen wie am Fließband produzieren könnte. Zeit für Indiz Nummer zwei. Die Theorie der ewigen Inflation. Gemeint ist nicht, was die Wirtschaft gerade macht, sondern das, was das Universum am Anfang gemacht hat. Also zurück an den Anfang der Geschichte. Nein, nicht diesen Anfang. Zum Anbeginn unserer Zeit. Dem Urknall. Als das Universum geboren wurde, befand es sich in einem etwas unbequemen Zustand. Es hatte einen Energieüberschuss, den Physiker Vakuumenergie nennen, und es mochte diese überschüssige Energie nicht. Also versuchte das Universum, sie abzuschütteln, wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt. Das Universum versuchte, die überschüssige Energie loszuwerden, indem es sich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell ausdehnte. Exponentiell schnell. Diese entscheidende Phase in der Geschichte des Universums wird als kosmische Inflation bezeichnet. Als der Physiker Alan Guth die Inflationstheorie in den 1980er Jahren vorstellte, erschien sie vielen zunächst verrückt. Doch sie lieferte nicht nur die bis heute beste Erklärung für die frühe Entwicklung unseres Universums. Viele ihrer Aussagen wurden durch Beobachtungen bestätigt. Die Formeln der Inflationstheorie führen aber auch zu einem seltsamen Nebeneffekt. Die Ausdehnung kennt kein Ende. Wenn Inflation zum Stillstand kommt, dann nur in einem Teil des Weltraums. In einem anderen Teil des Alls könnte sich das Universum weiterhin unfassbar schnell ausdehnen. Vom Prinzip lässt es sich mit einem Hefeteig vergleichen. Der Teig ist eine gigantische kosmische Energie, die sich unvorstellbar schnell ausbreitet. Hier und da kommt es zu einer Art Kurzschluss. An diesen Stellen bilden sich Blasen, in denen die Inflation zum Stillstand kommt. Und jede dieser Blasen ist ein Universum für sich. Ob wir es mit einem Teig vergleichen oder einer Seifenblasenmaschine. Entscheidend für das Verständnis ist die mögliche Entstehung vieler, vieler Universen. Das sich aufblähende Universum kann weitere Universen erschaffen. Unaufhörlich. Neue Universen, neue Urknalle, die überall aufploppen. Nach dieser Theorie ist die unvermeidliche Konsequenz, dass es nicht nur ein Universum gibt, sondern viele Varianten von Universen. Was will er so elegant als das Multiversum bezeichnen? Der kosmologische Höllentrip des Dr. Strange durch die unterschiedlichen Universen steht also tatsächlich auf wissenschaftlichem Fundament? Die Annahme ewiger Inflation kann sehr mysteriös und etwas beängstigend erscheinen. Und der Gedanke, dass es weitere Universen gibt, kann uns beunruhigen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn wir die Inflation als Erklärung für unsere Beobachtungen annehmen. Ein unendliches Meer aus immer neu entstehenden Universen? Das klingt erstaunlich. Aber sehen wir nicht ein ähnliches Prinzip in der Natur? Die Natur setzt auf Serienproduktion. Was einmal funktioniert, entsteht immer wieder neu. Und galten schwarze Löcher anfangs nicht auch als zu verrückt, um wahr zu sein? In der Physik gab es schon etliche Theorien, deren Vorhersagen schwer zu glauben waren, sich aber später als real herausstellten. Ich finde es unbefriedigend zu akzeptieren, dass die Inflationstheorie alle Strukturen erklärt, die wir in unserem Universum sehen, und wir dennoch diese umfassende logische Schlussfolgerung ausblenden. Außerdem, Spoilerwarnung, liefert die Inflationstheorie auch noch eine Erklärung für eines der größten Rätsel der Kosmologie. Womit wir bei Indiz Nummer drei sind. Die Werte der Naturkonstanten. Das sind unveränderliche Größen wie die Lichtgeschwindigkeit, die Masse eines Elektrons oder die Anziehungskraft, um nur einige zu nennen. Die große Frage ist, warum sind diese Werte so, wie sie sind? Es ist eine Zahl, die können wir messen. Und nichts erklärt, warum die Zahl ausgerechnet diesen Wert hat. Das frustriert Physiker wie mich. Wir fragen uns, welcher Mechanismus könnte dafür verantwortlich sein, dass diese magischen Zahlen so sind, wie sie sind? Man nennt es auch das Feintuning-Problem. Denn wenn auch nur eine Naturkonstante minimal anders wäre, sähe unsere Welt radikal anders aus. Und uns würde es nicht geben. Wie schmal der Grad ist, der unsere Existenz ermöglicht, zeigt zum Beispiel der Wert der Schwerkraft. Die Gravitationskonstante. Sie wird mit den Buchstaben G bezeichnet und steht für die Stärke der Schwerkraft. Wir kennen diese Zahl sehr genau. Nun können wir uns die Frage stellen, was wäre, wenn diese Zahl anders wäre? Stellen wir uns also einen Drehknopf mit einer Skala vor. Wie weit müssten wir den Wert verändern, bis wir unser Universum nicht mehr wiedererkennen? Tatsächlich hätten winzige Veränderungen massive Auswirkungen. Die Schwerkraft ist die Architektin des Universums. Wäre sie nur ein klein wenig schwächer, hätten sich keine Galaxien gebildet. Und ohne Galaxien gäbe es keine Sterne. Es gäbe keine Planeten und somit auch keine Menschen. Drehen wir den Knopf jetzt in die andere Richtung und machen die Schwerkraft stärker. Wir würden das Universum nicht wiedererkennen, denn mit mehr Schwerkraft hätten sich die Galaxien nicht bilden können. Die meiste Materie im Universum wäre ein großer Klumpen, ein gigantisches schwarzes Loch. Das entspricht nicht wirklich dem Universum, in dem wir leben. Doch woher weiß das Universum, was die richtigen Werte sind? Alles nur ein unfassbar glücklicher Zufall? Die Theorie der ewigen Inflation liefert dafür eine Erklärung. Demnach könnte jedes Universum seine eigenen Naturkonstanten und Regeln haben. Wenn also im galaktischen Kreißsaal tatsächlich ständig neue Universen geboren werden, wäre es letztlich nicht verwunderlich, wenn am Ende auch eines mit den richtigen, also unseren Werten, dabei wäre? Sie werden heute kaum etwas Nerdigeres hören als dies. Das Universum liebt statistische Verteilungen. Der Ruhepuls aller Menschen in einem Raum verteilt sich über eine gaussische Kurve. Das passiert ganz natürlich. Und wenn man an einer Straßenecke steht, folgt die Frequenz der vorbeifahrenden Autos, der sogenannten Poisson-Verteilung. Was wäre, wenn unser Universum als eines von unendlich vielen anderen Universen unsere speziellen Werte angenommen hat, während die anderen ganz andere Werte haben und zu langweiligen oder nicht überlebensfähigen Universen geführt haben? Universen, in denen nichts los ist, weil sich keine Atome bilden konnten. Und unser Universum ist eines, in dem sich alles so gefügt hat, dass wir entstehen und uns diese Frage stellen konnten. Damit hätten wir einen Mechanismus, der erklärt, wie unser Universum so werden konnte, wie es heute ist. Es ist ein bisschen wie Evolution, nicht wahr? Es werden Universen selektiert, in denen sich Strukturen und Leben bilden können. Und nur in einem solchen Universum können wir existieren. Das Multiversum als eine Art kosmische Bäckerei, in der alle Rezepte erlaubt sind? Sodass am Ende jedes denkbare Universum herauskommen kann? Wie hilft uns das weiter, um zu beweisen, dass wir in einem Multiversum leben? Könnte man da nicht genauso gut gleich an einen allmächtigen Schöpfer glauben? Jede Idee ist erlaubt, egal wie verrückt sie ist. Am Ende des Monats bekommen Physiker immer ihr Gehalt, sofern die verrückten Ideen überprüfbar sind. Aber genau daran hapert es. Denn bislang hat niemand einen Weg gefunden, es zu beweisen. Ich liebe meine Theoretiker-Kollegen, bin aber selbst ein Experimentator. Wir brauchen also ein Experiment, um die mögliche Existenz des Multiversums zu beweisen. Aber wie kann man etwas testen, das jenseits der Reichweite unserer Teleskope liegt? Paralleluniversen haben vielleicht nicht einmal dieselbe Raumzeit, geschweige denn dieselben Naturkonstanten wie wir. Stellt euch vor, ich habe ein Portal zu einem anderen Universum und möchte ein paar einfache Tests machen. Ich will wissen, wie lang die Dinge in diesem Universum sind. Also nehme ich ein Lineal und stecke meine Hand durch das Portal. Was, wenn das andere Universum andere Naturkonstanten hat und es deshalb keine Atome gibt? Kein Kohlenstoff, kein Wasserstoff. Dann würde mein Lineal dort nicht existieren. Meine Hand auch nicht. Ich habe keine Möglichkeit zu prüfen, was dort vor sich geht. Es ist nicht möglich, mit den anderen Elementen des Multiversums Informationen auszutauschen. Nicht durch Licht, Radiowellen oder Gravitation. Und damit entzieht es sich völlig dem Grundprinzip der Physik. Denn um Teil des Wissensschatzes zu sein, den wir Physik nennen, muss es messbar sein. Die Idee eines Multiversums ist nicht direkt überprüfbar und das irritiert viele meiner Kollegen. Können wir also genauso gut einen Zufallsgenerator fragen, ob es da draußen mehr als nur ein Universum gibt? Oder gibt es doch noch eine heiße Spur? Ich will nicht nur über Multiversen spekulieren, sondern einen Weg finden, die Idee zu überprüfen. Okay, was kommt jetzt? So eine Art Sherlock, der gegen Ende nochmal reinkommt und den Fall dann löst? Für diejenigen unter euch, die schon immer ein Problem mit Physik hatten, ihr müsst kurz tapfer sein. Als Belohnung gibt es ein Katzenvideo. Als unser Universum quasi spukhaft aus dem Nichts entstand, herrschten die seltsamen Regeln der Quantenphysik. Das ist die Welt der allerkleinsten. Ein Blick hinter die Kulissen der Realität, in der die Bausteine der Materie, Elektronen und Quarks alles formen, was unsere Welt ausmacht. Nach der Inflationstheorie wurde unser Universum im Bruchteil eines Sekundenbruchteils auf kosmische Dimensionen aufgebläht. Was, wenn wir einen Blick in diese Quantenwelt werfen könnten? Was, wenn die Paralleluniversen dort schon angelegt wären? Ein Weg besteht möglicherweise darin, und ich sage möglicherweise, weil wir es noch nicht geschafft haben, eine Versuchsanordnung für diese unheimliche Quantenphysik zu entwickeln. Wir wollen herausfinden, ob sich diese vorhergesagten Blasen im Multiversum auch in einem quantenphysikalischen System im Labor nachweisen lassen. Wir bereiten gerade so ein Experiment vor, was sehr aufregend ist. Okay, das war jetzt grob vereinfacht und gar nicht so schlimm, oder? Wer es genauer wissen will, sucht im Internet nach Bose-Einstein-Kondensat. Oder wartet, bis das Experiment vielleicht mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wird. Für alle anderen hier das versprochene Katzenvideo. Sowas funktioniert vermutlich in jedem Universum. Aber ist die Beschäftigung mit dem Multiversum ohne jeglichen Beweis in der Hand überhaupt wissenschaftlich? Und ob? Sich die Frage zu stellen und ein Experiment dafür zu überlegen, das ist Wissenschaft. Wir neigen dazu, uns selbst als Mittelpunkt zu sehen. Das war so, als wir dachten, alles drehe sich um die Erde. Dann dachten wir, dass zumindest unser Sonnensystem etwas Besonderes sei. Bis Astronomen entdeckten, dass es jeweils Milliarden Sterne in Milliarden weiteren Galaxien gibt. Fällt als nächstes das Konzept des einen Universums? Die Geschichte der Physik hat immer wieder die Hybris der Menschheit, etwas Besonderes zu sein, zerstört. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Fall. Okay, aber ob die Entdeckung des Multiversums so weitreichende Folgen hätte, wie Galileos Entdeckungen damals? Er hat mit seinen Beobachtungen ein Weltbild umgeworfen und letztendlich den Weg für unsere moderne Wissenschaft geebnet. Inwiefern es unser Leben verändern würde, wenn wir feststellen sollten, dass es hinter unserer Welt noch weitere Welten gibt? Schwer zu sagen. Klar ist nur, wir wollen es wissen. Aber warum eigentlich? Es lastet ja kein darwinistisch-evolutionärer Druck auf uns, das Universum zu verstehen. Also es hilft uns nicht dabei, vor Tigern zu fliehen. Es hat keinen offensichtlichen Nutzen für unsere Spezies. Es muss also ein Nebeneffekt von etwas anderem sein, das die Menschheit entwickelt hat, um zu überleben. Aber es ist eine wunderbare Gabe. Meiner Meinung nach ist es der Kern des Menschseins, die Fähigkeit, grundlegende Fragen zu stellen und in vielen Fällen auch zu beantworten. Damit sind wir weit gekommen, aber noch nicht bis ans Ende von allem. Wir finden eben nur die Antworten auf fast alles. Und so bleibt in der Frage nach der Existenz des Multiversums die Spannung zwischen Glauben und Wissen bis auf weiteres ungelöst. Und so bleibt in der Frage nach der Existenz des Multiversums die Spannung zwischen Glauben und Wissen bis auf weiteres ungelöst. Und so bleibt in der Frage nach der Existenz des Multiversums die Spannung zwischen Glauben und Wissen bis auf weiteres ungelöst. Und so bleibt in der Frage nach der Existenz des Multiversums die Spannung zwischen Glauben und Wissen bis auf weiteres ungelöst. Vielen Dank.